Er hat es mir mal gezeigt, habe ich auch gefragt und das ist da ganz schön nah. Er sagte zu mir, dass ich mir keine Sorgen machen solle, dass die Bahngleise gesperrt werden, wenn die dort am arbeiten sind. Ihr Lebensgefährte Ali Chaihan wird in Köln von einem Zug erfasst und stirbt nur wenige Tage später. Er war Weichenmechaniker, 33 Jahre alt, verdienst 1.700 Euro. Die beiden wollten heiraten. Man stellt sich vor, hat der Lokführer ein Signal übersehen? Hat der Tower vielleicht vergessen die Strecke zu sperren? Plötzlich Arbeiter im Gleisbereich. Philipp Grams erlebt als Lokführer immer wieder gefährliche Situationen. Wenn ich das einfach mal hochrechne, also kommt das mindestens drei, vier Mal am Tag vor, dass Leute wirklich im Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind. Jedes Jahr gibt es tödliche Unfälle. Wer trägt die Verantwortung? Dürften wir Ihnen eine Frage zum Arbeitsschutz am Gleis stellen? Herr Minister, es sterben Menschen am Gleis? Frontal. Tod am Gleis. Köln. S-Bahnhof Trimbornstraße. Über uns das Gleis, an dem Ali Chaihan getötet wurde. Dort dürfen wir nicht drehen, aber wir erhalten ein Video, anhand dessen wir versuchen den Unfall zu rekonstruieren. Am Bahnhof gibt es Regenzugverkehr, Regional- und Fernverkehr. Ali Chaihan befindet sich zwischen den Gleisen, wohl an diesem Bremsmagneten. Er ist mit einem Kollegen vor Ort. Was dann passiert, wird ein Jahr später immer noch Gegenstand von Ermittlungen sein. Ali Chaihan wird am Kopf getroffen und muss an Ort und Stelle mehrfach reanimiert werden. Das Unfallfoto mit dem herumliegenden Verbandszeug vom Notarzt. Der Lokführer hat gebremst, aber offenbar erst, als es dafür schon zu spät war. Katharina Duarte habe bisher weder von Behörden noch der Deutschen Bahn Antworten zur Unfallursache erhalten. Wer da einen Fehler begangen hat, das wissen wir bis heute nicht. Man versucht diese Szenen jeden Tag, wie konnte es passieren, hat er gelitten. Diese ganzen Fragen belasten einen sehr. Während der Recherche erhalten wir den Anruf eines Fahrdienstleiters. Eine Reparatur an dieser Stelle, da hätte man auf jeden Fall das Gleissperren müssen. Da hat irgendjemand seinen Job nicht gemacht. Diesem Verdacht wird später auch die Staatsanwaltschaft Köln nachgehen und gegen einen Bahnkollegen ermitteln, weil der die notwendige Gleissperrung nicht beantragt haben soll. Wenn es den Mitarbeitern möglich ist, diese Sicherheitsverkehrungen zu überspringen, zu vermeiden, muss es auch Kontrollmechanismen geben, ob auch alle Mitarbeiter alle Regeln befolgen. Weil so wie der Kollege mir das geschildert hat, sind das Verhaltensweisen, die sich sehr oft wiederholen. Er hat auch gesagt, viele Unfälle passieren auch dadurch, dass die Arbeitsschritte abgekürzt werden. Reparaturen ohne notwendige Gleissperrungen? Ein weiterer Bahnmitarbeiter meldet sich und behauptet, sowohl der Bahn als auch den Aufsichtsbehörden sei dies bekannt. Uns haben Hinweise erreicht, die sagen, solche Arbeitstrupps gehen häufiger mal los, ohne dass sie eine Sperrung beantragen. Muss das der deutschen Bahn irgendwann auffallen? Klar. Und den Unfall schiebt man dann auf menschliches Fehlverhalten, auf die Unfallbeteiligten und hofft, dass die Staatsanwaltschaft nur die kleinen Mitarbeiter verfolgt. Und nicht die Struktur oben drüber. Und nicht das System oben drüber. Die Bahn widerspricht und schreibt, alle Arbeitsunfälle würden sorgfältig untersucht. Zu fehlenden Gleissperrungen heißt es, Zitat, Simon Hedemann war 19 Jahre alt. Im September war er in der Nähe von Hannover mit Kollegen am Gleis unterwegs, als er von einem Güterzug erfasst und getötet wird, während seiner Ausbildung. Das sind einfach zu viele Fragen. Entschuldigung. Und das hört nicht auf. Simon war begeisterter Eisenbahner, erzählen seine Eltern. Nach seinem Tod erhalten sie per Brief unter anderem die Aufforderung, Simons Arbeitsgegenstände und den Konzernausweis an die Bahn zurückzugeben. Aber keinerlei Erklärung, wie ihr Sohn während der Ausbildung vom Zug überfahren werden konnte. Das hat er da neben den Schienen gemacht. Sie wissen noch nicht mal, was er da gemacht hat? Nein, nein, wir wissen gar nichts. Nichts Genaues. Wer hat da geschlafen, wer hat Informationen nicht weitergegeben? Wusste der Schaffner oder der Zugführer überhaupt, dass da jemand im Gleisbett ist? Das sind also die Fragen, die gehen einem ständig durch den Kopf. Plötzlich Arbeiter im Gleisbereich. Philipp Grams erzählt, wie er als Lokführer gefährliche Situationen erlebt hat. Kaum noch Zeit zu reagieren. Wenn zum Beispiel Mitarbeiter die Böschung zurückschneiden. So muss man sich das vorstellen, wirklich. Man hat keinen Einblick, was ist hinter der Kurve. Und er stand zwar nicht direkt in den Gleisen, aber er stand so nah, dass ich ihn definitiv erwischt hätte. Habe, wie gesagt, Schnellbremse gemacht und durchgefiffen. Und er hatte ja diese Kopfhörer durch den grünen Schnitt. Wissen Sie, Arbeitsschutz, also er hatte Kopfhörer auf. Hat mich gesehen und ist wirklich nur rausgesprungen. Also es war sehr, sehr, sehr knapp. Wenn ich das einfach mal hochrechne, also kommt das mindestens drei, vier Mal am Tag vor. Dass Leute wirklich im Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind. Wie viele Arbeiter jedes Jahr am Gleis sterben, ist nicht auf Anhieb nachvollziehbar. Wir entdecken im Laufe des vergangenen Jahres mindestens zwölf Todesfälle. Damit wäre es eines der tödlichsten Jahre gewesen. Doch in keiner offiziellen Statistik finden sich alle diese Fälle. Die Deutsche Bahn fühlt sich nur für vier Unfalltote zuständig. Man unterscheidet zwischen den eigenen, festangestellten Mitarbeitern. So eine Sprecherin. Sie markiert in unserer Liste die Getöteten von Fremdfirmen. Auch, wenn die im Auftrag der Bahn an den Gleisen waren. Professor Kurte kennt das Problem der lückenhaften Statistik. Deutschland hat jede Menge Arbeitsschutzregeln. Wie kann es da sein, dass nicht alle tödlichen Arbeitsunfälle gemeldet werden? Wir wissen nicht, wie viele Leute am Gleis sterben. Ja, wir wissen nicht, wie viele am Arbeitsplatz sterben. Die Abstufungen, die wir am Arbeitsmarkt haben, zwischen Festangestellten, zwischen prekär Beschäftigten, finden wir auch im Arbeitsschutz. Es gibt eben Beschäftigte 1., 2. und 3. Klasse. Lokführer wie Philipp Grams wissen, wo große Baustellen sind. Aber nicht immer, dass Kollegen am Gleis arbeiten. Warum glauben Sie, kriegen Sie keine Informationen darüber, dass Arbeiter auf der Strecke sind? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wir hätten gerne mehr Informationen als Lokführer. Die Bahn schreibt, alle relevanten Stellen wüssten, wann und wo Arbeiten stattfinden. Wie viele Menschen während der Arbeit von einem Zug tödlich verletzt werden, ist selbst dem Eisenbahnbundesamt nicht bekannt. Zuständig für die Überwachung des Arbeitsschutzes auf Bahnanlagen darf das EBA Unfallursachen klären, Beweise sichern und Zwangsmaßnahmen durchsetzen. Die Fälle Hedemann und Scheihahn aber überlässt man der Bahn. Das EBA habe, Zitat, keine Pflicht zur vertieften Untersuchung von Arbeitsunfällen. Das ist jetzt heftig. Was muss denn noch passieren, damit man da ermittelt? Wie gesagt, das ist ein Unfall am Arbeitsplatz. Die Behörde verlässt sich beim Arbeitsschutz auf die Untersuchung der Deutschen Bahn. Und die muss ihren Bericht nicht mal veröffentlichen. Die DB schreibt, wir haben uns das angeguckt, keine Probleme. Das ist ja keine Begründung. Die müssten erst mal begründen, warum die Bahn das so gut gemacht hat, dass für sie nichts mehr übrig geblieben ist. Zum Beispiel, weil bei der Bahn Reparaturen wiederholt ohne Gleissperrungen stattfinden sollen. Das Eisenbahnbundesamt teilt mit, keine Hinweise darauf zu haben. Doch ausgestellte Bescheide belegen, dass Arbeitstrupps der Deutschen Bahn wiederholt ohne entsprechende Sicherungen am Gleis angetroffen wurden. Das EBA verhängte sogar ein 10.000 Euro Zwangsgeld. Grund, dass es keinerlei Sperrungen bei Gleisarbeiten gab. Dass auch bei Simons Unfall das Gleis nicht gesperrt war, erfahren seine Eltern nur von der Staatsanwaltschaft Hannover. Und nur deshalb, weil die noch gegen Kollegen wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Offenbar wird das Unternehmen Bahn wegen mangelndem Arbeitsschutz zu selten in die Pflicht genommen. Eine Enttäuschung ist das, dass sich niemand dafür interessiert, das vernünftig aufzuklären. Mit diesem Vorwurf wollen wir den zuständigen Bundesverkehrsminister konfrontieren. Schließlich ist das Eisenbahnbundesamt seine Behörde, der Bund Eigentümer der Bahn. Bisher gab es auf unsere Fragen keine Antwort. Herr Minister Pöhlitz-Frontal, dürften wir Ihnen eine Frage zum Arbeitsschutz am Gleis stellen? Sein Sprecher versucht uns daran zu hindern. Ich habe keine schriftlichen Antworten erhalten, Herr Minister. Es sterben Menschen am Gleis. Es geht doch nur darum, wie sie den Arbeitsschutz sicherstellen wollen in Deutschland. Obwohl auch sein Ministerium nicht weiß, wie viele Menschen am Gleis zu Tode kommen, sieht der Minister keinen Handlungsbedarf in Sachen Arbeitsschutz. Wenn Menschen auf Bausteinen zu Tode kommen, sind ja die Ermittlungsbehörden zuständig, die diese Dinge dann untersuchen. Nur ist das ja die Aufgabe des Eisenbahnbundesamtes und nicht der Staatsanwaltschaft, daraus zu finden, ob Arbeitsschutz ursächlich war. Wir haben seitens des Bundesverkehrsministeriums keine Hinweise, dass es hier zu behördlichen Versäumnissen gekommen ist. Wenn es solche Hinweise gibt, gehen wir denen selbstverständlich nach. Wer trägt die Verantwortung am Tod von Ali Chaihan und Simon Hedemann? Seit fast einem Jahr gibt es in beiden Fällen Hinweise auf mangelnden Arbeitsschutz. Doch das Eisenbahnbundesamt will dem selbst nicht nachgehen. Er ist ja kein Einzelfall und es kann ja nicht sein, dass es ein Kontrollsystem gibt, was anscheinend nicht seine Aufgabe erfüllt, nämlich die Deutsche Bahn zu kontrollieren. Das Eisenbahnbundesamt schreibt unterdessen, sollten tatsächlich Mängel des Arbeitsschutzes vorliegen, wäre es an diesen Erkenntnissen dann doch sehr interessiert. Was müsste sich deiner Meinung nach ändern, damit solche Unfälle künftig verhindert werden? Schreib es uns in die Kommentare. In einem anderen Beitrag haben wir uns bereits mit der Deutschen Bahn beschäftigt. Wenn du wissen willst, warum du mit der DB auch das nächste Mal wieder zu spät kommst, schau dir unser Video Thank You for Nichts an. Und dann, wenn du mit der DB auch das nächste Mal wieder zu spät kommst,